2, wer ist ab? Was geht jetzt noch mal jetzt? Das ist jetzt schon mal gut. Das ist jetzt schon mal gut. Das ist jetzt schon mal gut. Das ist jetzt alles. Und machen wir noch mal so ein bisschen ganzer. Ja, wie wir uns einmal machen. Da haben wir noch mal hin. Da ist auch schon mal ein bisschen was los. Das ist jetzt schon mal ganzer. Und da haben wir noch mal gut. Da haben wir schon mal. Noch mal ein bisschen was wir tun. Jetzt noch mal ein bisschen was. Ja. Ja. Du bist da. Du bist da. Du bist da. Ich bin da, glaube ich, Du bist da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.